Sie sind hier, 23. November 2018, 20.55 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Steffen Curry von den Golden State Warriors hatte bei einem Autounfall Glück im Unglück, Urheberrecht, Getty Images, Steffen Curry von den Golden State Warriors hat bei einem Autounfall auf dem Highway Glück im Unglück. Sein Wagen wird gleich mehrfach gerammt. Schrecksekunde für NBA-Superstar Steffen Curry. Der Point Guard der Golden State Warriors war am Freitag in einen Autounfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt. Beim Crash Dreier-Autos auf dem California Highway hatte Curry aber Glück und kam ohne Verletzung davon. Der Porsche des NBA-Profis wurde zweimal von anderen Verkehrsteilnehmern getroffen, wie ein Sprecher der California Highway Patrol, KABC-TV erklärte. Zunächst brach einem anderen Auto auf nasser Fahrbahn das Heck aus und krachte in Curryswagen, danach traf ihn auch noch der hinteren Teil eines anderen Fahrzeugs. Anzeige, die NBA live bei DAZN, jetzt gratis Monat sichern, twitter.com-abc7-status-1066-04-5095-1268-10624 Hier der Highway Patrol wurden keine Verletzungen gemeldet. Curry setzte nach dem Unfall seinen Weg zum Trainingskomplex der Warriors fort. Der Starspieler fällt derzeit wegen einer Leistenverletzung aus und absolviert noch ein Reha-Programm. Anzeige, jetzt die neuesten NBA-Fan-Artikel kaufen, hier geht es zum Shop jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus Allen-Bär Mia Mia Untertitelung des ZDF für funk, 2017